Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Badwars. Ähm, heute eins gegen eins. Ähm, gegen Simi. Ähm, auf dem Blackboard Lab Server. Ähm, ich bin auf der Map Nudelbergi. Ähm, ich kann's nicht sagen, ich mag die Map nicht so. Nein, ist die bessere. Ähm, ja. Meine Meinung. Ähm, ja. Gut. 20 Sekunden noch. Ähm. Ich muss überhaupt... Geil wär natürlich, wenn die Simi weg ist und vergessen hat zu löften und jetzt einfach hier einfach stehen bleibt, das wär natürlich echt geil. Ähm. Das wär ja schon ein bisschen Luxus. Oder wie schwer verbinden, egal, das wär auch geil. Ich komm hier ganz klar auf mit diesem komischen Kaufsystem. Ich glaub, das ist... zu schaffen. Ähm, wie immer, brauch ich nicht erstmal zwei Eisen rüber, damit wir uns ergriffen können und da nicht immer so Gold. Das ist, glaub ich, nicht die beste Taktik jetzt aber... ähm... Ähm, ja. Ähm, das dauert echt... Ähm. 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 Du bist jetzt schon vollständig runter jetzt hier. Ähm. Ähm. ınd? Ähm. 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 Das синum sage undATOR kann sich hier sein. Ähm. 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 So, und jetzt waren wir in die Mitte. Wie sie hat die eigentlich noch nicht so viel geschafft. Und nein, ich vergesse nicht an zu igeln. Den Igeln kann ich absolut gar nicht. So. Die hat ich noch nicht so geschafft. Die sind jetzt beim Eisen. Es könnte eine gute Runde von uns werden, Leute. Zini. Ich gucke die Zivi gar nicht online. Oh, was wird das? Ich habe keine Blöcke. Ich will es eigentlich auch nicht riskieren jetzt. Lassen wir die eben mal kommen jetzt hier. Ein Bogen wäre jetzt natürlich echt geil. Okay, die schwebt einfach. Ich habe gerade so keine Blöcke mehr, ey. Okay. Ich gucke hier hin zurück. Wir auch. Ich brot jetzt mal ganz fix Blöcke. Dann können wir schnell in die Mitte gehen. Und schon nochmal ein Blöckchen. Und schon nochmal Blöckchen. jetzt wird Gold gerusht. Es wird Gold gerusht. Das fasse ich an dieser Map. In diesem Gold. Ich hole mir schnell einen Bogen. 5 Minuten überlebt. Wuuuui. Ach du Scheiße. Wie viel Gold. Ach ja, man braucht... Das ist so richtig doof. Das ist richtig behindert auf diesem Server. Dass man... ...ein irgendwelchen Pfeiler hat. 100% im Faktor. Wirklich viel. Die Gräschen wäre auch ganz geil. Und, ich bruche den Kopf in einer Perle. Jetzt habe ich die gesetzt. Oh, Frenz, ey. Oh, dann hat's das Eisen noch reingeklauen. Ich weiß, ich brauch irgendwie sehr, sehr lange wieder. Also Eisen durch mein Blender rein jetzt. Und ich brauch doch Gold. Max! Und dann ist die echt immer noch nicht... Der hat die immer noch nicht geschafft, da hinzukommen. Der hat sich jetzt schon bogen. Ich bin so gut im Quips. Oh, die ist runtergefallen. Ich glaub, ich schmeiß die jetzt, ey. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Weg ist es Geile Runde, muss man ja sagen Wo ist sie jetzt? Ja nicht, dass sie jetzt in meinem Bett drüber so rasch ist Ist die weg? Wo ist sie? Wo ist sie? Nein! Oh! Oh, schlechter Wurf Aber wir sind wieder da Wer diesen Cushion bin hat mit viel Skill, ey Toll Das war ja Weltklasse Was da im Block fehlt, ey Was hat sie hier gebaut, ey? Wo ist sie? Scheiße! Das war so klar Ja Wie ist sie hier übergekommen? Ich dachte, die wär da noch da hinten gewesen Ha! Boah! Boah! Wie mies, Alter! Ja Hat er eine Pelle so gehabt? Nein, hat er nicht, ey Die equippt sich natürlich jetzt auch Ja Das war doof Ich hätte sie zurücklaufen sollen Ich würde mir sehr gerne eine Pelle kaufen Wo hast du das für Skills? Du triffst nicht! Was kommt noch her, Alter? Was will die jetzt machen? Was kommt noch her? Was macht eigentlich diese kurze Hinterbrücke? Schlecht Ich hätte es geschafft, da hinzukommen, Alter Oh, getroffen GG, Alter Boah! Was für ne Runde, Leute Mein Bett ist weg Und ich fall jetzt mal so runter, ne? Boah, yo! Dann treff ich mit dem Bogen, ey! Okay Ja, Leute, ich glaub das wär's mal gewesen Von Michael Spettfrau Die EU steht immer noch auf 10 nach, äh 10? Äh, 4 nach 10 Ähm Wenn's euch gefallen hat, das Video dann Lass eine positive Wertung da Abonnieren nicht vergessen Und tschüss!